Hallo Freunde, da sind wir wieder mit unseren Special Agenten von Division und wir gucken mal, was wir so schönes anstellen können. Hm, nichts Interessantes hier. Wir können wieder runter. Da waren wir schon. So, mal gucken, was wir noch zu alles haben. Quatsch, da war einer. So, wir können wieder runter. So, wir können wieder runter. Gucken wir hier mal hoch. Wir gucken hier mal lang. Dann springen wir auch runter. Ja, schön, dass ich das noch erlebe. Was mich nicht umbringt, macht mich wütend. Die können mich alle mal am Arsch lecken. Und jetzt haben wir Cindy am Telefon, live aus New York City. Cindy, was können Sie uns über die aktuelle Lage berichten? Ja, Steven, hier im Lincoln Tunnel herrscht Chaos. Die Leute versuchen verzweifelt noch durch den Kontrollpunkt zu kommen, bevor er schließt. Es gibt noch keine offizielle Verlautbarung, wie lange die Sperrung in Kraft bleibt und was die Sarah für die Leute tut, die zurückbleiben. Viele von ihnen ohne Strom und Heizung. Gelinde gesagt, schlagen die Emotionen hier ziemlich hoch. Und was passiert mit den Leuten, die es nicht durch den Kontrollpunkt schaffen? Wurde dazu etwas gesagt? Die JTF hat nichts verlauten lassen, aber ganz ehrlich, gut sieht es nicht aus. Viele haben ihre Habseligkeiten ins Auto gepackt, aber die staunen sich schon bis zur Dyer Avenue. Passen Sie doch auf! Mhm. Dann... Gucken wir mal... Agent, Sie haben gute Arbeit geleistet. Und wir haben hier was für Sie, dass Sie sich abholen sollten. Oh, und... Ich geb Ihnen liebend gern ein Autogramm auf ein Stück Papier, auf das Division-Handbuch oder sogar Ihre niedliche Mütze. Danken Sie mir nicht, wir Agenten müssen zusammenhalten. Nicht wahr? Jawohl, Sir. So, dann gehen wir mal zurück zu unserem Stützpunkt. Nehmen, was ich kriegen kann. Und wir haben hier eine Sch help der Stelle. Wollt die Lupe nicht! Oh, ja! Wir haben hier einen Tag des Sp counten, die wir wieder mal verbunden haben. Ich hab mich doch nicht verhört. Banditen. Gehen wir hier mal durch den Untergrund. Dann müssten wir eigentlich schon im Hauptquartier sein. Gehen wir mal zu unserem... Zu unserem... Agent, Sie leisten ausgezeichnete Arbeit. Das erinnert mich an meine eigene Arbeit. Ich hab mich richtig in die Rollereien versetzt. Also kann ich den Stolz auf Ihre Leistung total nachvollziehen. Das haben Sie wirklich großartig gemacht. Oh, Gott. 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 Das Beste vom Besten nur hier. Können wir ja mitnehmen. Sehen Sie mal hier. Und noch Hemd. So, den gucken wir mal hier. So, mit Tante mal reden. Dann haben wir noch einen anderen Dings hier. Gucken wir uns mal einen an. Uh-huh. Gehen wir mal eine Runde ans Lager. Gehen wir mal was Bestimmtem? Das Beste vom Besten nur hier. Okay. Gucken wir mal was haben wir noch. Dann können wir den ganzen Quatsch hier. Das mal auch zerlegen. So. 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 Freunde. Dann gucken wir mal weiter. Hier zu unserem netten Waffenhändler. Ja. Sie brauchen es. Ich hab es. Ich hab es. Okay. Okay. Wir sehen uns. Gucken wir mal was. Das hier ist. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Okay, Freunde, das soll es erstmal für heute hier gewesen sein und wir sehen uns dann am nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.